Oh. Oh. Oh, scheiße. Die nutzt 45er ACP, das gibt's doch nicht. Das Magazin wär eh nicht dabei. Oh, ein Halfter, Leute. Hi, geil. Oh, ein Halfter. Wie fett. Hi, wie fett. Das erste Mal, dass er, dass er, während du live bist, aufs Klo geht. Ja, das stimmt. Ein fucking Halfter. Sehr gut isoliert, die Jägerhose. Na dann. Und die hat sogar vier Slots mehr. Also warum nicht? Ja, warum nicht? Und anziehen vielleicht noch. Nice. Moin, moin, ihr Verbrecher. Ja, moin, Randalehilde. Okay, geil, dass wir jetzt den Halfter haben. Das ist wirklich fett. Ja, wir müssen jetzten. Okay. Oh, oh, oh. Jetzt hätte ich ihn gerade fast abgeknallt. Jetzt hätte ich ihn gerade fast komplett weggerotzt. Ach du Scheiße. Ey, ich bin auch ein Otto, ne? Gell, warum packe ich mir nicht das Ding auf den Rücken? Ich Otto und hole den Basie lieber dann immer aus dem Rucksack raus. Das ist doch viel besser Platz mäßig. Ich bin Mongoloid, Alter. Ich bin ein Keck, Alter. Dass ich da jetzt erst drauf komme. Scheiße, ich habe die eine Plastikflasche nicht mehr voll gemacht. Es ist halb 10 nach halb 5. Ne, 10 vor halb 5. Da hinten ist was los. Und der ist los. Dann hole ich mir den mal. Für den Fall, dass hier schön... Dass der Kollege was dabei hat. Zum Beispiel diese Ballistikweste. Komm. Die ich jetzt zerstört habe gerade. Feldweste beschädigt. Scheiße. Bajonett. Ach du Scheiße. 4A1 Sturmgewehr mit Bajonettaussatz. Also wenn wir so ein Ding noch finden, ne? Dann sind wir aber... Weil das wäre mein... Mein größter Traum. In dem Spiel eine M4 zu finden. Oh, Splittergranate. Tschüss. Taschen. Können auch eine Plattenweste angebracht werden. Die ist demoliert. Ah. Fuck, Elena. Digga, hat der Dünnschiss oder was macht der so lang? Jetzt schon. Daisy. Was sagst du? Geht ab, oder? Oh. Oh. Ich will noch da rein in das Hauptgebäude, aber nicht ohne ihn. Komm schon. Was macht der so lang? Ey, yo. Ich kack. Ich kack mir ein. Drück deinen Arschloch zu. So, ich war unterwegs. Du warst unterwegs, ja. Guck mal an meine Weste. Das sind ein paar Rauchgranaten, ja. Und die hier. Ui. Splittergranate. Ui. So, und... Und ich habe noch das gefunden. Oha, geil. Das ist aber ein Bayonetmesser für die M4. Das ist für das M4 Sturmgewehr, da passt das vorne rein. Ah, okay. So, und jetzt kommt es noch da hinten. Ach so, ich bin noch platzmäßig schlau gewesen. Ich habe doch jetzt die Schrotflinte mitgenommen mit 9 auf 3 Slots. Mhm. Äh, aber ich hatte ja den Baseballschläger auf dem Rücken. Aber der Baseballschläger braucht nur 1 auf 8. Mhm. Ne, 1 auf 7. Weißt du, also 1 breit und 7 lang. Jetzt habe ich den in den Rucksack gemacht und habe jetzt die Schrotflinte auf dem Rücken. Und kann dann einfach aus dem Rucksack jetzt den Baisy ziehen. Das ist gut. Wenn ich den ja in der Schnellleiste habe. Und dann haben wir noch vergessen, meine dritte Wasserflasche voll zu machen. Das ist jetzt aber halb so wichtig. Ja, egal. Und da hinten in der Lagerhalle habe ich eine Feldweste gefunden. Mhm. Die wäre beschädigt. Mhm. Ne, die war an dem Zombie. Die wäre beschädigt. Aber ich glaube, ich würde lieber die da behalten, die du jetzt hast. Ja. Anstatt die beschädigte. Und dann habe ich eine Plattenweste gefunden. Da müsste ich aber die Feldweste ablegen. Und dann ist bei der Plattenweste, also Plattenweste ist halt eine schusssichere Weste. Mhm. Und da können ja Taschen rangemacht werden und so. Und da liegt noch eine Tasche dabei mit 24 Slots. Ui. Das wäre eigentlich besser, weil man die Tasche immer erweitern kann. Mhm. Wenn man andere findet. Aber die Plattenweste ist schon demoniert. Ui. Deswegen würde ich es lieber nicht machen. Und guck mal rechts. Ich habe ein Holster. Oha. Krass. Das heißt, die Waffe mit 2 auf 3 muss nicht mehr in die Tasche, sondern kann in den Holster. Geil. Der jetzt am Gürtel geht. Geil. Das ist so fett. Nice, Mann. Heftig, Alter. Und es ist hell geworden mittlerweile. Ah, sehr gut. Während deiner Scheiß-Tour. Und jetzt holen wir uns die große Halle da vorne noch, das Hauptgebäude. Okay. Also wenn jetzt nicht noch jemand da ist und uns angreift, bin ich ja fast zu sagen, hä? Weil, oh der da vorne hat auch eine Feldweste um. Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Der Kollege kommt. Wahrscheinlich auf mich, oder? Weiß ich nicht. Ja. Ich hole mir den anderen. Guck, dass du auf den Kopf schlägst. Wegen der Feldweste und sowas. Der hat eh nichts dabei. Fuck, ich hab'n Cut. Hast du noch Verband? Ja. Gut. Achtung, Zombie, Hilfe. Alter, die schlagen so schnell zu hier. Ja, das ist schon krass. Da ist nichts dabei. Kommst du klar? Ja, das ist gut. Die Feldweste ist auch beschädigt, die er hat. Fuck, ich hab'n Cut, ich muss kurz verbinden. Mach schnell, mach schnell. Da hinten ist noch ein Zombie gewesen. Um das Eck rum, hinter dem Haus. Feuerwehrhelm. Oh, fuck. Ah, das ist eine Feuerwehrstation, Mann. Ja, ja. Scheiße. Boah. Hinten ist noch ein Zombie? Das heißt, na egal, geh mal rein, komm. Das bedeutet nämlich... Ach, Mann. Das bedeutet nämlich, da könnte... Hier könnte ein Dings sein, eine Feuerwehraxt. Das wäre doch gar nicht mehr schlecht. Ich guck mal oben. Oh, scheiße. Was? Boah, Schuss. Warum schießt du, Alter? Oh, weil der schon so da ist. Eine Feuerwehrhose. Ja, das ist eine Feuerwache. Scheiße. Sehr gut isoliert. Und was sagt die Dingshose? Panzerfahrerhelm. Gut, ich glaube, jetzt die Feuerwehrhose an. Okay. Weil ich da mehr Platz hab. Und die auch fast isoliert ist. Und du hast den fast erschossen. Was? Ich hab ihn fast erschossen? Was? Ja, was? Das ist einfach erschossen. Oh. Ohohoho. Digga, legt doch das verschissene Steak in die dumme Hose, Alter. Oh, das ist gegen im Magazin. Das hat ein Clip gemacht mit fast Domme abgeknallt. Den muss ich mir jetzt anschauen. Hä? Ich war ja überhaupt nicht in deiner Nähe. Was zum Teufel? Ach, das meinst du jetzt. Das ist ja schon eine Weile her, wo er gerade kacken war. Da lauf ich so random durch die Häuser und latsche in so eine Halle rein. Auf einmal steht da jemand und das war da, wo du halt gewartet hast. Und da hätte ich halt wirklich fast mit der Schrotflinte dir in den Rücken gerotzt. Oha. Das wäre echt aus dem Zell gewesen. Boah, wat? Diese Feuerwehrjacke? Oha, krass. Die sind echt so Feuerwehrstangen zum runterrutschen. Ja, und die Feuerwehrjacke hat 42 Slots und meine hat nur 30. Meine Wanderjacke. Und ich brauche ja eh eine neue. Mhm. Oha, das bist du. Alter, ich hab mir gerade schon einen gekackt. Oh mein Gott. Ja. Alter. Alter. Feuerwehrhelm. Oh, die sind duschen. Krass. Boah, der war geil. Digga, ich hab vielleicht noch ein Viertel meiner Ausdauer, Mann. Ja, ich hab auch nichts weniger als die Hälfte. Warst du schon weiter oben? War da noch was? Ja, ich war schon oben, aber ist nix. Okay, schade. Okay, dann lass uns mal verpissen hier. Mhm. Schade, dass ihr nicht noch mehr Militärzeug habt. Ja. Vielleicht ich hätte echt auch gern so einen fetten Rucksack. Oh, hallo. Hallo, Kollege. Oh, da sind nochmal zwei. Ums Eck. Ah, fuck, jetzt hast du mir noch voll einen mitgegeben. Oh, scheiße. Das tut mir leid. Ja, kannst du nix hören. Hä, hilf mal bitte. Der klappt halt einfach rum, ey. Was ist denn hier los, Alter? Oh. Ich glaub, du hast immer einen selber verpasst. Hab ich auch, glaub ich, ja. Oh, fuck, halbes Leben, Mann. Ja, das geht gleich wieder hoch. Mhm. Ja, du Wichser. Hau auf den Kopf. Ah, das war nicht der Kopf. Der hat eine komplette Feldweste. Hau auf den Kopf und du hast die Weste kaputt gemacht. Hab mir auch die ganze Zeit auf den Kopf gehauen. Ne, du musst viel höher zielen, als der Körper... Ja, Digga, mein Hammer war schon in der Luft über dem, Alter. Du musst höher zielen. Du musst unnormal höher zielen. Aber ich werd gleich in die Himmel schlagen. Straight direkt nach oben. Digga, ich bolz dir gleich eine. Ja, ich hab über den gezielt. Ich hab den nicht mehr mehr gesehen, als ich gezielt hab. Ja, dein Hammer hat trotzdem auf den Körper geschlagen. Scheiße, beschädigt. Das ist doch zum Kotzen. Ja, ist egal. Naja. Das wird's relativ, ob das egal ist. Alter, da hat's ja noch Wohnhäuser dran. What the fuck? Was? P1, na klar. Da ist ein Bulle. Hallo, du Bulle. Das ist kein Bulle, Alter. Das ist irgend so ein Felltyp. Ach du Scheiße. Oh, da hat so eine Fellflasche dabei. Geil. Ey, die passt an meinen Gürtel ran. Ich nenn die mal mit. Ja, gib die mir, dann tausche ich die mit einer normalen Flasche. Okay. Weil die passt an meinen Gürtel, dann brauchen wir keine Slots dafür, weißt? Aber Vorsicht, da ist noch was drin. 24 Prozent. Ja, das tue ich ausschütten. So, guck. Jetzt kriegst du die Flasche. So. Und die kommt jetzt hier an den Gürtel ran, eigentlich. Ja, guck, jetzt habe ich links den, die Feldflasche. Geil. So. Und. Guck mal, was ich noch gefunden habe. Ui, was ist das denn, Alter? Eine orientalische Machete. Krass. Ja, wildes Teil, Alter. Mhm. Sehr wild. Oh, das passt da sogar rein. Wenn ich so mach und so mach und so mach. So, dann krieg ich doch das noch hier unter. Ja. Es fängt an zu regnen. Ach nein. Müssen wir irgendwo rein. Ja, hier. Ja. 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 Natürlich schon feucht. Ich habe einen Zombie gehört und ich glaube, der hat uns auch gesehen. Natürlich schon feucht. Oh, das gibt es auch nicht. Rek. Okay. Läuft aber gut. Das bin ich. Oh, das wir nun ja.